hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft let's play the night of the doctor wieder mit dem wohnheim mal ehrlich warum hast du den ofen so gut versteckt weil ich fies bin aber echt das gar nicht gesehen habe ich den habe ich gesetzt in der f5 an dicht mit dem huhn also aber das ist ja dein normal du bist ja immer ein huhn also auch im richtigen nähe bis zu einem huhn daran erkennt ihr let's play bar da einfach nach einem freilaufenden huhn genau in einer tier quälungsstation genau dann wisst ihr das damocke ist ich bin der play ist denn das huhn röstet was okay ich habe gerade durch einen bug 33 verloren was wie sieht das eichenlapp grün aus und da schwarze im grau also dunkler so keine ahnung was nein jetzt habe ich das wieder jetzt habe ich wieder 64 kohle ich kapiers nicht ist ja nichts neues wie bestätigt man überhaupt dass man das tier werden möchte mit enter ach so ich musste nur und wohin klicken da geht auch mit enter einfach okay jetzt weiß ich sag mal let's play bar wo soll unsere mine anlegen weiß ich noch nicht ich habe mir gerade irgendwo an der oberfläche die ganzen erze ab bei mir so leckst er musste da lecken hilfe unsichtbare daleks unsichtbar endlich mal einem schwierigkeitsgrad der dir entspricht ich bin ich gestorben gerade mal eiskalt let's play war wurde von unsichtbaren dalek zu tode geprücelt was ist das wo gerade wurde von let's play war gekillt was nein jetzt leider wurde von unsichtbaren dalek gekillt habe ich gesagt da stand aber ich weiß nicht warum ich auch nicht überhaupt nicht und habe ich hier neue seeds gefunden oder habe ich keine neuen seeds gefunden doch neue seeds moment ich muss kurz noch mal leften ich habe hier gerade oben ein back mit der kiste und mit dem inventar habe ich immer noch nein nein das ist kein nein das ist alles so grau ich glaube ich sollte noch schnell an die x-ray plug-in rauf ziehen damit du kein x-ray nutzt ich benutze gar kein x-ray oder ja egal ein ofen haben wir aber keine schaufel als es die beherrn zeit christ halter sieben zeit christ halter der ist übelst häufig vorhanden ich habe schon 63 wieder mein inventar ich weiß was kann mit dem anstellen die tages füttern wen füttern die tages time and loosen in space kurz tages aber was bringt das ein wer tat kann dich in die verschiedene welt ist reisen ok und wie findet man diese eine telefonzelle da die musste kraften außen leuchtfeuer nein aus dem leuchtfeuer ja viel spaß im alt werden ich meine ich habe müssen dringend ein witter killen hey hey mein freund mein freund du killst den witter nicht ich das ist viel zu gefährlich da spielt meine versicherung nicht mit apropos da will ich gleich daraus was machen ich brauche neue neues eisen ja toll du wachst mir gleich mit meinen was helft mir gleich und ich habe fünf fps wo ist der hump doch da stämme dafür meine fackel auf das ist die sicherste miene der welt ich wollte da was machen zu hause ich weiß aber hier kommt man nur als huhn rein ja schön ich gebe gleich die ob ich habe die sicherste von der welt gemacht und zu hause ja keine doch die kiste ist offener durch die bach user wo ist eisen ach da dir ist schon klar wenn ich gehe dann kannst du das projekt auch abschreiben nein das war ja gerade er im witz aber ok da weg um gut auch eine spitze von da weg 1 2 ja trotzdem kannst aber du kannst es trotzdem abschreiben weil alleine ich habe gerade diamant verwendet ich wusste hey du verwendest die diamanten und ich wusste nicht mal dass wir einen diamant haben wir haben einen ganzen diavlog ja ach so den meint ich dachte du warst der familie ähm ich brauche zwei sticks zwei ich habe keine zwei steaks oder stecks sticks ach so holzplan jaja ich habe übens geniale item bekommen was bringt salz essen brauchst du für den essensmord ich habe zeit so nen erz kann das mit einem abbauen weiß ich nicht mit stein auf jeden fall ich mache mir gleich mal zwei spitzhacken was für welche da weg hier oben spitzhacken da weg zu film bringen voll viel muss ich sagen naja du du machst es ja auch mit dem ein mod da hä hä ich nehme einfach nur ein Eisenschwerd und kill die ja ja aber wenn du nicht fliegen würdest würdest du auch nicht killen können doch und ich sehe Fledermäuse Fledermäuse ich komme gleich ich sehe Fledermäuse auf der Minimap ach so aber trotzdem komm trotzdem gleich genau oh oh unsere betten sind kaputt was warum ein creeper man florian hört doch mal auf ein bett ist übrig geblieben ja dein bestimmt hey creeper ich besteche mal kurz und creeper damit er nur mein bett ja stört das merkt er ja nicht also also zwei betten sind kaputt eins ist übrig ich wo sind Fledermäuse wo sind Fledermäuse in der in der höhle die ich gleich siehst du die auf der Minimap deine höhle ja die ist tiefer ja jetzt lass ja jetzt lass die ist tiefer aber okay ja jetzt hör doch mal auf oh hey wert was wird denn das jetzt ich werde dich verbrüge wenn ich jetzt nicht grad 7 fps hätte ich würde ich würde es lassen ja ja mit ich hab gegen henni auch schon gewonnen auf einem meyer server der wollte mich dauernd killen ich war schneller ich wusste noch nicht mal auf mein klient gehe also mich einloggen wieder um ihn zu killen ich hab halt die konsole zur verfügung ne ja ja kill äh gif let's play bar regeneration 230 könnte ich mir können wir auch ähm mehr her leben geben einfach mal so ja ja wenn man da wenn man da ein zweites Bildchen braucht um die Lebensanzeige zu sehen man das ist doch nichts das ist doch nichts schlimmes das ist doch voll normal in Minecraft wenn man zwei bitte braucht um die Lebensanzeige zu sehen nein so viel sind es nicht bloß du hast einen griechenbalken auf dem Bildschirm drauf ich weiß na sie witzig aus und wenn man dann wenn man dann regenerieren macht dann sieht das voll witzig aus das macht einer in der schule die ganze zeit ja da gibt's ne dann gibt's aber Mods wo die herzenfarbig werden weil die mehr leben hinzufügen da denke ich an den Tickers Konstrukt Mod du grabst einfach weiter ohne mich ja nur weil ich so wie es aussieht schon gleich da bin ja toll das war jetzt schlau von dir aber echt das war zwar ein Zufall aber trotzdem aber trotzdem muss ich mich loben das war echt ne geile Idee wieso ich bin schon zu Hause wieder warte mal kurz komm mal kurz gucken was ich in der Hand hab was ist das? das ist ein Schallschraubstier damit kann ich Fett zum Signale ausgeben die bleiben ständig sind das heißt ich kann Eisentüren einfach mal so öffnen das heißt ich kann Eisentüren einfach mal so öffnen hat nur ein Diamant gekostet und zwei Eisen war ja da ein Diamant war ja da ein Diamant war ja da ein Diamant und der knapp vorne auch ja aber ich dachte du wärst ein ehrliches Let's Player oh amok ist wieder weg ha ich hab's hier wordt bon gemacht was seit wird bon cool werden wir neues erst ja ich habe immer welt das ist die hülle schon weg und wie die hülle schon lieber und weil ich nicht aber ich glaube nicht doch ich sehe es ja an der web ist über uns schon ja ich bin aber ich bin bei der höhle draußen ist noch ein bisschen nach hier die sind über uns wir kennen beide eine fläder maus nein nein ich kann mich jetzt in gutes wesen verwandeln wo kam das her hier ist ein endportal in der nähe waren die steine hier ist ein endportal in der nähe geil siehst du hast gesehen menschen stein kann das sein ja hier ist einfach kann es sein dass wir unser unser haus über ein portal in der nähe jedenfalls ja kann es hier sind ein portal würde ich mal sagen ziemlich stark weil diese mod mobs kommen dann ist ein endportal in der nähe auch schnell telputier zu mir user in your channel timed out ganz knapp noch geschaut ich habe wieder mäuse user entered your channel ja ich kann jetzt nicht so kommen was ich kann haha ich bin eine fläder maus wo bist du die fläder maus über dir über mir jetzt bin ich wieder eine place hey kannst du ja was gekillt kannst du mal bitte dich so fläder maus verwandeln ich möchte ich danke selbst hier hier fliegt noch eine rum ja schon aber und ich ernte hier gerade eisen ab und wie viel leben habe ich da drei herzen und die frage ist jetzt wo ist das endportal deiner nähe wo eben die gekommen sind weiß ich ganz wo genau aber leider näher muss es uns so sein die kommun der nähe von endportalen auf misst hier sind mehrere skeletten gut naja das eine skelett das brauchte ich wieso ja jetzt kann ich die einfach so von oben killen und keiner kann schießen sozusagen ja ok ich ernte gerade ein bisschen ärzte wieder ab muka darf die drecksarbeit mit dem mob skill machen und ich ernte die ärzte und wirst in die luft gesprengt ja aufpassen und skelette sind immer wenn du eine fläder maus bis sie treffen sich jedes mal echt jetzt jedes mal und warum das ergibt das extrem leicht abschließen können und aus und grund wenn ich nur bei mir aufgefallen da auch schon bei anderen youtuber die frage ist ja moment wenn ich jetzt hier abbaue dann kommt da kein silber fischchen raus ja nur da wo silber fische kommen da der nähe wird sein aber wir haben jetzt echt neben endportal wäre auf jeden fall cool oder nein hier kommt keine silber fische ich weiß ja nicht mehr wo genau die silber fische raus kam ich weiß es der silber fisch zeigte den weg ich kann mich auch wo war unser ausgang weiß ich nicht muss runterfallen und wo aus der höhle habe ich nur noch umgegraben werden hochgeflogen also der dalek da bin ich welcher dalek hey jetzt kommen wir keine mehr ja wir in der nähe sind innerhalb von 25 blöcken radio kann ich gerade nicht ich habe ich habe ich habe sie doch gefunden ja gleich und hier ist auch dieses zeit so in erz kommen gleich habe hier eisen gefunden deswegen geht gerade nicht 1 ist wichtig für uns erst mal wir müssen weiter voll iron sein von rüstung und ich habe ein richtiges ich glaube ich habe gefunden das endportal ja ja wo ist es doch nicht ich habe was eckiges gesehen und das war unser gang als sie müssen halt was eckige im ausschau halten ich habe eine idee hast du noch eine spitzhacke ich habe schon alle verbraucht nein ich habe noch die eine ich kann da war von dem daleks 3 in gott geben wenn du brauchst ich habe aber kein holz ach so jetzt noch mal gleich eisen gefunden wir müssen auch ich wette wir müssen tiefer wo sind die gespawnt die sind es wollen hier nicht habe ich mit so viel blöcke abgebaut und dass einen silberfisch gekommen ist als ich habe schon mal ein dungeon gefunden ja wenn du auf der map geradeaus buddelt dann findest du hier so jetzt ja du musst noch etwas eckig im ausschau halten das habe ich gefunden scheint aber wenn man das mal so sieht ziemlich weit weg zu sein außerdem unter unserem haus ist eine höhle ja ich weiß welcher mod fehlt der dinosaurier mod also der archäologie mod was macht er da kann man sich deine eigene die sauer züchten siehst du den kasten auf deiner mini map ja inzwischen ich würde mich einfach gerade aus wie du gesagt hast es können locker 20 blöcke sein oder mehr kohle 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 kohl ich hab ne idee gesgert mal deine spitz hacke wieso dann habe ich hier weiter dann kill ich dich dann passt beim bett auf und machst uns neue spitzhacken wieso du nicht weil ich nicht beim bett aufwache ich gebe dir noch sechs eisen und drei zeitzonen er gleich liegt hinter dir so jetzt gibt mir eine spitzhack ich gerade jetzt doch so weit vor sie jetzt kommt die höhle deswegen ja gleich noch die höhle sehen oh nein dann ist sie wohl unter über uns sie ist über uns gut denn hier weiß haben auch das ganze kopf ist und ein und denn hast du ich füge mit einem schlag drei so ich dich kill er macht gut jetzt habe ich wieder 45 fps ich weiß nicht woran das regnet wieder es regnet wieder es regnet wieder zum glück haben wir jetzt die fledermaus okay wir wissen es ist ein zombies bono ja wir sind skelett hilft uns gelät ja ja ich sehe ich sehen so jetzt beeil dich gut ich habe zwei spitzeiten gemacht ich teleportiere ich muss mich noch mal teleportieren ich mache mich verwandeln mich mal schnell das placewort wieder hier bitte auf da ist er da ist er da ist er kleiner juhu kann ich mich jetzt als du hast erwischt mir ist nein ich ich habe mich nicht als wie doch kannst du mit auswahl ist eine auswahl von einem von die art schnell und wie kann man da auswählen ich habe ich gerade mit gekillt weiß ich auch nicht genau aber und viel muss da das möglich sein sattel zwei stück weitere ein weizen der schallplatte eisen vier stück nur eine kiste ein bisschen mager oder schon wir können aber die ganzen steine mitnehmen und zweitens haben wir eine höhle mit eisen und lava ich habe drei eisen ich sehe da und wenn ich finde noch ein paar diamanten ich finde da ja ich muss ja ich muss jetzt schluss machen dann beendet jetzt die folge kommen wir schnell so jetzt machen wir schluss also tschüss ja noch die rettung einsammeln und dann schau ja damit noch schnell das rettung gut und schau